Sagen Sie mal, das ist jedoch kein Büro, das ist ein Bordbistro. Menschen sollen hier essen und nicht an ihren Rechnern sitzen. Sie können sich ruhig dazusetzen, wenn sie mögen. Nee, und ja, seitdem ist das Ihre Aufgabe, Ihre Gäste darauf hinzuweisen, dass hier nicht gearbeitet, sondern gegessen wird. Nee, ist es nicht. Wenn Sie sich irgendwo dazusetzen wollen, dann fragen Sie doch einfach nach. Sie sind ja inzwischen alt genug. Okay. Oh, sch***.